Beim 1. FC aus Köln gilt, mit neuem Mut in den Abstiegskampf. Und er personifiziert das Ganze, er soll es richten. Markus Gisdol, Experte quasi für Aufgaben dieser Kategorie. Abstieg verhindern um jeden Preis. Aber klar ist, dass wir etwas zusammenmixen müssen und finden müssen, wo sich unsere Mannschaft wiederfindet. Meine Spielidee natürlich da ist, oder unsere Spielidee da ist. Aber das auch zum Team, zur aktuellen Situation, zur aktuellen Entwicklungsphase nach so wenigen Trainingseinheiten auch gut passt. Vielleicht auch den Mut zur Lücke an der einen oder anderen Stelle zu haben. Und zu sagen, okay, komm, sind wir da schon so frech, probieren wir das oder das. Gleichzeitig aber dadurch nicht Sicherheit zu verlieren. Spiel 1 auf dem FC-Trainerstuhl bei RB Leipzig. Seines Zeichens Tabellenzweiter und alles andere als ein Aufbaugegner für den gebeutelten Aufsteiger auf dem 17. Tabellenplatz. Natürlich haben wir einen Gegner vor uns, der vielleicht auch gerade in einer guten Form ist oder vor der Länderspielpause auf jeden Fall in einer beachtlichen Form war, wo viele großen Respekt dann davor hatten. Aber jede Mannschaft hat ihre Stärken und ihre Schwächen. Und ich bin noch nie bereit gewesen, vor einem Spiel zu sagen, mit meinen Mannschaften, da fährst du hin und dann hast du vielleicht oder musst du gucken, dass du irgendwie durchkommst. Nee. Markus Gisdolz Spiel 1 im Rennen gegen den Abstieg. Zum Glück kein ungewohntes Metier für den neuen Trainer des 1. FC Köln. Zum Glück kein ungewohntes Metier für den neuen Trainer des 1. FC Köln. vent responsabil Kent Vielen Dank.